Hier ist wieder euer Peter Stielmann. Ich bin mal wieder durch die Jagdgebiete geflattert, um mal wieder richtige Vollpfosten zu suchen. Und wir haben auch welche gefunden. Diese Idioten, die überall ihr Revier markieren, also Hunde pissen überall hin. Wenn die irgendwo hinscheißen würden, das wäre irgendwie interessanter und auch irgendwie lustig, aber es ein bisschen pervers klingen mag. Und ja, die haben es so wieder geschafft. Also wie gesagt, Idioten, so Vollspasten, die schaffen, fremdes Eigentum zu beschädigen, um der Welt zu sagen, wie dumm und blöd sie eigentlich sind. Ich meine, dass das, also, also, ich komm mal mit, komm, ich zeig euch mal, was ihr hier meint. Komm, komm mal mit hier, komm. Guck mal, das soll 187. Straße oder sowas heißen. Aber was ich wiederum beachtlich finde, ist, dass dieser Einsatz für den Tierschutz, A-C-A-B, all kids are beautiful, soll das heißen. Ich meine, ich finde das ja schön, ne? Aber wiederum, was soll es ja sonst anders heißen? Anal, Korps, alles Bastarde oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde Katzenschutz auch sehr wichtig in der heutigen Zeit, ne? Aber wie gesagt, Idioten, die fremdes Eigentum beschädigen, um der Welt zu sagen, wie dämlich sie eigentlich sind. Weil irgendwie ziehen die sich die komisches Pett in die Birne oder Katzenpisse pur. Ansonsten kann ich mir so viel Scheiß den Kopf nicht erklären. Das war wieder eure Hass-Trompete, Peter Schneemann, ich kratze mir schön die Eier. Aber besonders, wir haben uns überlegt, so viel Dummheit hat einen Preis verdient. Und deswegen verleihen wir diesen Idioten, an euch Idioten, den goldenen Pimmel, den dicken Höris. Ey, die Buhlen, die Buhlen, die Buhlen, die Buhlen, Alter, auch!